Wie sieht's aus? Ich verhungere gleich. Cool. Ah, sehr gut. Morsels. Sehr geil. Z-Trap. Werd ich gleich ein kleines Feuerchen machen und die dann beraten natürlich auch. Z-Trap. Und dann hab ich erstmal keine Hungerprobleme mehr hier. Z-Trap. Okay. Und da auch noch. Oh, vier Stück. Das sind die, glaube ich, vier Fallen, die ich gerade hingesetzt habe. Richtig gut. Dann machen wir hier so ein kleines Lagerchen. Ist nur ein kleines, aber das soll uns erstmal genügen. Wir müssen jetzt mal die Morsels hier kaputt schlachten. Sehe ich gerade. Hab ich wohl vergessen. Obst, was verbrennt denn da jetzt? Ist egal. Lass verbrennen. Lass verbrennen, was verbrennt werden will. Hatte ich nicht vier Stück doch da. Was ist denn da jetzt gerade verbrannt? Ach, wer weiß das schon. So. Jetzt kochen wir die Morse mal schnell. Guck. 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 Und die Samen machen wir das gleiche. Guck. 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 Guck weg. Guck hin. Essen ist im Sinn. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen was essen. Ach, sehr gut. Das geht mir schon wieder besser. Und jetzt können wir die Spinnen angreifen. Oh, vier Prozent mein Helm nur noch. Ach, du Schande. Dann gucken wir mal, was für Spinnen rauskommen. Oh, nee, das ist, äh, nein, das ist nicht gut. Ich muss erst mal erst einen neuen Footballhelm craften gehen. Aber ich renne doch jetzt nicht bis nach Hause. Das wäre völlig blödsinnig. Kann ich den nicht hier craften? Doch, ich brauche nur den Schweineskin, den ich nicht habe. Und ein Seil. Seil ist einfach. Das macht man hier. Aber Schweineskin habe ich jetzt nicht. Kann ich noch ein Lagerfeuer craften? Das geht. Äh, okay. Schweineskin. Hier sind, glaube ich, Schweine noch. Vielleicht kriege ich hier einen. Gehen wir mal da hoch. Sollen wir die Nacht wieder überspringen? Wäre vielleicht besser, ne? Aber da mache ich wieder auf und habe wieder so großen Hunger. Aber ich habe ja noch vier gebratene Mausen und einen. Ne, sonst nicht. Vier gebratene Mausen und einen. Also hier oben sind noch Samen. Die kann ich natürlich mitnehmen. Die Rocks nehme ich auch mit. Hab gerade zwölf Rocks aufgenommen. Kann das sein? Ne. So, hier war noch mal irgendwo Schweinchen. Ah ja. Keiner zu Hause? Ähm, okay. Okay, danke. Ich nehme jetzt den Hammer und reiße von dem Haus ein. Immer locker bleiben. Ich schlage dich noch ein bisschen kurz. Danke. Das brauche ich, genau. Was können wir denn jetzt wegschmeißen? Ich habe nichts zum wegschmeißen. Verdammt. Schmetterling mal eben kurz weglegen. So, jetzt noch einen Football-Helm machen. Oder? War das so, ne? Hier, Helm. Ein Seil brauche ich. Ah, jetzt habe ich kein Seil mehr. Und kein Platz wahrscheinlich. Ja, ja. Und jetzt Mützen. Und so Flycraften. Genau. Ah, habe ich wieder eine Mütze. Und jetzt schlafen wir mal schnell. So. Ah, für die nächste Nacht habe ich schon wieder nichts mehr. So, dann nehmen wir das mal mit. Das kann ich jetzt, das kann ich noch mitnehmen. Die Bretter muss ich leider hier liegen lassen. So, ich gehe jetzt hier zum anderen Spinnennetz zuerst, ne? Wo ich da unten schon angefangen habe, das zu zerkloppen. Da rüber. Ach komm, dann geh doch. Dass er nicht automatisch dann den besten Weg findet. Nein, man muss selber drum rum laufen. Weg da, die Barsamen brauche ich. Das wird mein nächstes Mittagessen hier. Hallo, ihr Morsels. Na, wie geht's euch? Machen wir eine Hand. Warum? Danke. Wo sind die Sp... Okay, auf der Tasse dreht man also auch. Okay. Oh, sehr gut. Morsel. Numero Uno. Kein Platz für. Set Trap. Okay. Und noch ein Morsel. So, und Set Trap. Noch ein Morsel. Okay, und Set Trap. Und noch ein Morsel. Und Set Trap. Okay. So, was wir machen, ist jetzt einfach hier mal so ein bisschen... Bäume pflanzen. Einfach aus dem Grund, dass ich dann die Morsels aufsammeln kann. Und dann werde ich die nachher schön lecker braten. Genauso wie die ganzen Samen, die werde ich auch braten. Einfach nur, um zu überleben. Es wird ein Kampf, um es zu überleben. Aber ich könnte das jetzt schon machen. Oh, wir können da richtige Feuerstelle hier machen. Das ist gut. So, dann braten wir mal das hier. Und essen das direkt. Sehr gut. Jetzt Morsel braten. Holz haben wir noch genug für die Nacht. Jawohl. So, erschaffen wir uns nicht Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, Samen bringen die ganz so viel. Aber es ist besser als nichts hier. So. Ich brauche ja Spinnenseide. Einen habe ich schon. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Ich brauche ein paar mehr. Und am besten direkt so ein Spinnenei. Das wäre so das Maß aller Dinge. So, wo ist es denn? Spinnennest, hier. Komm her. Oh, drei. Gelbe. Und das ist schon echt großes Nest. Und kann die umdrehen. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. Schneller, schneller, schneller. Den schaffe ich nicht mehr einzuholen. Schaffe ich nicht mehr einzuholen, oder? Ja doch, den letzten habe ich. Ja, und das ist immer direkt mit. Und jetzt laufen wir laufen, 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 laufen. Dann direkt wieder umdrehen. Wenn die auch umdrehen. Ja, zwei Stück, das ist egal. Oh, ich bin fast... Nein, rennen, rennen, rennen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ja fast tot. Scheiße. Geht weg, geht weg. Nur die normalen Spinnen. Der Footballhelm hat nichts ausgehalten, oder? Der ist schon wieder kaputt. Ei, ei, ei. Ach so, das war der Alpen. Versteht ihr, ne? Ich kann die Morse nicht essen, weil ich voll bin. Na egal, das muss reichen. Da habe ich Monster Miet. Das werde ich hinterher alles kochen. Wenn ich mal wieder zu Hause bin. So, wo seid ihr denn? Kommt doch raus hier. Ich kämpfe mit mir. Ich habe nur so viel Schaden gemacht, weil mein Helm, den ich aufhörte, kaputt gegangen ist. Ich habe mich nicht ganz gecheckt, verdammt. Und dreht ihr um, 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 und und umdrehen so jawohl genau ich wollte ich haben so in 123 schläge für dich nehmen zwei schläge immer nur ein spinnen lässt es wird nacht halten wir mal das feuer hier in gange das müsste reichen kann ich nach die nacht überspringen kann ich nicht habe keine nicht genug gras ich bin der krass sammeln kann ich nach überspringen ist besser dann greifen wir es am nächsten tag wieder an ich habe schon bei keine spinnen raus aber ich befürchte sie werden genau jetzt gleich rauskommt kann ich mich morgen wieder aufhören da sind die spiel raus gekommen verdammt schneller schneller gut nach ja da steht wie ein kleines baby ist alles kein problem für ihn jetzt hat er wieder hunger das ist gut denn wer hunger hat kann morsel essen ok und angriff wie viele sind eigentlich da drin wie viele spinnen ist ja monster mäßig gut komm ich kann mich schon wieder rasieren ich habe einen rasieren besser nicht mit zwei stücken na gut ob es das machen die waren doch ein bisschen viel schaden wenn zu viele sind kommen dreht um 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 und warumט oder war grenzen Leider sterben. Und das wäre ungünstig, ne? So, Set Trap. Und da auch noch. So, Set Trap. Morsel schlachten. Das ist quasi nur mein Lager, um die Spinnen anzugreifen, ne? Das habt ihr schon begriffen jetzt. So, gucken, gucken, gucken. Was ist denn los? Ist das kaputt? Hier sind noch drei. Soll ich noch zwei? Egal. Ich bin wieder voll. Da oben ist jetzt noch ein neuer Morsel. Kann ich gleich fangen gehen. Oh, ein Spinnen-Nest. Ich habe schon fünf. Ich möchte gerne das Lager hier ganz ausrotten. Und wir sind es noch? Ah, nur noch die drei gelben. Okay. Also laufen. Hoffen, dass nur einer umdreht. Nein. Okay, sind zwei. Okay.